weiter geht's gut erstmal in die mitte ein kämpfer geht beleidigt nach hinten hat keine lust mehr das war es dann so wir haben auf beiden seiten ein zwei verluste wird an der rechten blöcke das war doch schön beide kämpfer und los geht es hier in die zweite runde sneaky snakes gegen die all lions schön gleich ein fulminanter einstieg ordentlich reingehackt hier vorne damals da auch glatt mal ein video von die linie wird trotzdem noch weitestgehend gehalten hier gibt es ein paar schöne schuldschläge direkt vor mir beide teams eitlers ganze gut da in der mitte noch gibt es keinen vorstoß der sneaky snakes hier war ein tiefer schläger und ein läufer ist durch der sneaky snakes ein zweiter hinterher jetzt wird das ganze aufgedröselt die linie ist gebrochen schau wir mal was jetzt draus wird da mit dem ersten kaputten der all lions und einige wochen in der mitte alexander steht gegen 2 schläger kann sich werden hier lebe steht weiterhin hat sich den ersten entledigt ja alex kommt schon fängt hier von 3 leuten ab steht immer noch da ooooh schade das war geil alex herrlich stop stop stop